juhu und halli hallo und herzlich willkommen zu let's play the sims hier reise nach batu mit unserer allerliebsten mila ähm wir müssen das frachtschiff der ersten ordnung infritieren ich tippe das hier in die frachthalle so wir müssen die sicherheitstür hier hacken und dann müssen wir die patrouille umgehen keine ahnung hat das er hier schaffen wir schon da ich meine der mann ja wir hatten ja schon mal versucht jetzt sind wir level 4 im punkt bei mir mal gucken ob es ausreicht und ich weiß nicht aber auch was wir tun ob ihnen das interessiert guck mal hockere unterhaltung versuchen wir jetzt so unauffällig mit ihm irgendwie okay guck mal ich spreche uns gleich an wir werden bestimmt hier verhaftet oh unsere rechnungen wir waren doch gar nicht da plaudern oder willst du plaudern mit uns wir sollen ja auch oh nein oh nein sie angespannt gefragt werden nein ich habe nichts getan angespannt oder beobachtet die wände geht ein bisschen runter wie soll ich denn bitte an ihm vorbeikommen hat wir können uns ja plaudern ihm ganz nett unterhalten oder abenteuern erzählen über fukis plaudern ja alle mal ein klopft nach tag bagen können wir ihn absurdes gerücht verbreiten können wir für deinen freunden näher aber deinen freunden am nächsten also ist da nicht auch irgendwie eine Bauernschleuer. Das Float. Wie langweilend. Traurig. Weil Geschichten von galaktischen Widerstand. Wir stehen unter Beobachtung. Wir können das gerade nicht tun. Hi, du renn. Was geht da weg, ne? Ich bin fort mit dir. Das Scannen gibt es ja auch nicht mehr. Wir stehen immer noch unter Beobachtung. Okay. Lauf! Hallo? Guck mal, jetzt... Wie lange stehe ich denn unter Beobachtung? Zwei Stunden? Ich habe eine Warnung gegen uns ausgesprochen. Aha. Immer noch drei Stunden. Machen wir mal ein bisschen schneller. Plup, plup, plup. Ich kann einfach sagen, kannst du ja mal was essen. Schadet uns bestimmt nicht. 28 Minuten. Boah, es war gerade unbewacht hier. Geh mal bitte wieder. E-oh. Wahnsinn. Meine Beobachtung ist jetzt auch gleich weg. Gehen Sie bitte. Auch keine Loren. Bitte gehen Sie. Gehen wir mal hier hin. Komm, ganz unerfällig. Gehen wir mal hier hinter. Und dann müssen wir ein bisschen warten, bis die dann weg sind. Los, ich bin fort mit euch. Nein, nein. Geh. Lust. Und du auch Kailo rennst. Klappen, du. Richtig. Egal. Kein. Nein. Da war sie geschafft. Wir gehen jetzt einfach mal gucken, ob das funktioniert. Ich meine, Kailo rennst in der Nähe. Und jetzt kommt die nächste hier in der Nähe. Nein, sie geht nur durch. Hallo. Du sollst hacken. Hacken. Mila. Hallo, Mila. Juhu. Hallo. Nein, ich habe keine Lust. Du bist doch doof. Nein, du bist doof. Hack, 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 hack. Oh, die Tür geht ganz schön schnell. Guck mal, wie schnell sie da einen Vorschritt hat. Oha, oha. Schneller, Mila. Ja. Achso, es ist noch gar nicht. Doch. Oh nein. Oh. Autsch. Autsch. So, jetzt sollten wir es lassen. Schnell, lauf weg. Hierin gehen. Wir können ja, ähm, ach, jetzt werden wir wieder. Ach, wir werden. Nee, ich möchte nicht kämpfen. Nein. Gewalt ist keine Lösung. Mila rennen weg. Warum haben wir jetzt festgenommen? Wir haben doch gar nichts getan. Unsere Programmierfähigkeit ist so schlecht. Pi reicht also nicht aus. Oha. Was für ein Arsch. Wir sind doch völlig unschuldig, oder? Ja, und jetzt sind wir hier drinnen wieder verhört. Na, wenigstens nimmt die das ab. Aber ich glaube, wir sind dann schon wieder. Wir müssen gleich mal zurück. Unser ganzer Tag- und Nachtrückbruch ist vollkommen im Arsch. Und ich weiß, es ist ein Uhr, weil sie halt immer irgendwie nicht so lange schläft. Gehen wir mal zurück. Seht ihr das? Wir haben ein Künstler. Geiles Problem. Wir haben nicht mehr unsere Grundstücke. Das ist weg. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Okay, haben wir nicht mehr das Grundstück. Und du bist da. Schlaf. Aber hier fehlt etwas. Die Kantina hier steht. Hier hingehen. Hier hingehen. Die ist einfach weg. Ich weiß ja nicht, ob irgendwer von euch auch mal in einem anderen Reherskopf von Sims 4. Aber dieses Problem ist mir nicht neu. Ich kann es eigentlich beheben, indem ich einmal auf Weltenverwalter gehe und dann auf das Grundstück gehe und dann ist das Grundstück wieder da und dann gehe ich raus und dann ist es auch hier wieder da. Aber mittlerweile ist mein Spiel vollkommen custom-contentfrei. Und dieser Spielstand mit Madame hat auch noch nie irgendwie ein custom-content gesehen. Ach, keine Ahnung, woran das geht. Aber ein anderes Problem ist, dass ich hier einfach überhaupt nicht selten verwalten will. Und wir müssen hier in dieser Kantina mit unserem Menschenwesen, liebe Menschenwesen, liebe Menschenwesen, unsere Kontakt sprechen. Hier. Du findest ein Schorken-Informantik in dieser Kantina. Ja, aber, ne? So, Problem gefunden? Hier kein Schorken-Informantik. Ich sehe jetzt noch ein paar Schorken. Vor allem hier unseren Boss. Aber der Boss wird ja wohl bitte nicht, ähm... Ja, genau. Da wird ja nicht das Problem sein. Vielleicht einer von euch Schurke? Nein. Ich gucke halt mich hier so ein bisschen um, wie irgendjemand ist, weil er eigentlich nicht hier sein sollte. Und in der Zeit... Äh... Könnten wir aber... ...ein bisschen hackend bin. Oder, Mila? Was sagst du? Ja, genau. Guck mal, hier können wir wenigstens... Ah! Hey! Wie schmalt ihr? Okay, siehst Schurken. Du kannst dir das mal vorstellen. Es sind halt ultra viele Schurken. Keine Ahnung, wie wir unseren Informanten erkennen sollen. Und ob das überhaupt außerhalb auch geht. Puh! Ähm... Ob wir uns anfreunden müssen, ein bisschen... ...latschen. Sieht nicht so aus, als wäre sie es. Dann können wir wenigstens ein bisschen hacken üben. Oh, sie geht wieder. Bist du? Du bist auch Bewohner, ne? Dich kennen wir sogar. Du? Was bist du? Schurke. Ich muss die Passrasen aufsagen lassen. Gibt nicht so aus, als wärst du das. Okay. Na, wir machen voll viele Freunde. Das ist wirklich gut. Und wohl. Das System war das. Wieso schlecht? Wir können was essen. Mila muss hier mal etwas essen. Wir werden unseren Schurken schon irgendwie irgendwo finden. Wer bist du? Bewohner. Er verfolgt uns. Möchtest du? Nein, er geht doch. Okay. Hallo? Gibt es irgendeinen Schurken? Bewohnerin? Irgendeinen Schurke, den ich noch nicht kenne? Bewohner. Mit dem haben wir ja gerade geplaudert, ne? Schurke. Ja. Ordentlich vorstellen. Grüß mir da. So. Hm. Über Wookies plaudern. Und dann... Und dann können wir... Okay, dann geht's weiter. Dann geht's nicht bei mir. Die sind halt die alle am rumlaufen, weil sie keinen Ort haben, wo sie hingehen können. Ähm. Das ist ein bisschen scheiße. Um uns auf den Punkt zu bringen. Das macht mich richtig wahnsinnig. Keine Ahnung. Ich hatte auch einfach nie Probleme mit Custom-Content. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Den Custom-Content, den ich drin hatte. Das war jetzt auch nicht so viel. Wurde auch ein Schurke? Okay, Bewohner, ne? Siehst du? Es war nicht so viel Custom-Content. Und die hatte ich einfach schon... Die Ache lang drin. Und ich habe nichts Neues reingemacht. Und auf einmal fing das bei meinem nachhaltigen Leben an, um rumzuspinnen. Ich habe auch bis heute nicht geguckt, ob sich das irgendwie behoben hat. Weil ich einfach überhaupt... Das ist richtig deprimiert. Baust, baust, baust. Siehe Mühe. Siehe Mühe. Und dann ist ein ganzes Grund zurück weg. Ich kacke. Aber ich hatte das auch schon bei den 100 Babys. Bei meiner Waisenhaus-Challenge. Desaster weiß ich gar nicht. Aber wirklich schon bei vielen. Ach, guck mal. La, 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 die kennen sich gar nicht gut. Wie gesagt, hier geht es halt nicht, dass ich rausgehe, auf welcher Verarbeitung und dann auf das Grundstück gehe. Das habe ich schon versucht. Spaß. Und für Spaß kämpfst du, Mila? Na ja, hier muss ich irgendwie gucken. Ich könnte halt die Mission abbrechen und andere machen. Was natürlich gar nicht schlimm wäre, weil ich muss eh noch fünf verschiedene Orte mit meinem X-Schlügler abbrücken. Ich konnte die Vorstellung, die können dann irgendwie klar machen. Schurke. Schurke und Erste Ordnung. Wollte ich vorstellen. Haben die gerade verhaftet? Nein. Hallo. Hallo, ich bin Mila. Hallo. Nein. Was war man jetzt? Mal gucken, wie es hier aussieht. Der Spaß ist gering. Kann man ein bisschen plaudern. Hallo, Spiel? Spiel. Hallo. Hallo, Spiel. Spiel. Oh, oh. Aber speichert ja automatisch, ne? Wenn ich wechsle. Spiel. Hallo. Mama McLean. Äh, sag nach, keine Ausführung. Wenn du versuchst, was trotzdem mal. Ach, Spielchen. Okay. Gut. Ähm, dann will ich einfach sagen, ich mache den Schluss. Eine kurze Folge. Kurz und knackig. Wir waren viel drin, aber ich hatte eigentlich mehr vor. Aber das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Wenn es heißt, let's play das Zick. Let's play Sims und die Reise nach Fatou. Dann bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.